Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Wild Hearts und ich habe nun beschlossen, dass wir alle einfachen Missionen jetzt mal machen. Da wo der orange Punkt ist, dass wir schneller vorankommen und neue Fähigkeiten freischalten. Auch fähig zumindest. Das ist jetzt mal der Sinn dahinter. Und ich wollte hier noch Karakurien, wir haben da 6000 zum Freischalten. Die Frage ist, was möchte ich dafür? Fragen über Fragen. Okay, das würde ich gerne machen. Das klingt ja auch irgendwie gut. Ich bin immer so hin und her gerissen. 5000, das ist teuer. Aber ich würde das gerne machen. Auf was verzichte ich dafür? 5000. Ich glaube, ich verzichte auf die Mauer. Weil die Mauer brauche ich... Hier brauche ich nur Feuer. Die Dinger. Das brauche ich ja dafür nicht, für den Haken. Oder? Da brauche ich nur den Sprung und das Wind. Feuer brauche ich nicht. Schwierig alles. Was ich nehme. Geht das nicht ein bisschen schneller? Da ist nochmal sowas billiges. Die Vierecke brauche ich ja nicht. Also die Sprung-Dinger. Die verwende ich eh selten. Also würde ich wirklich auf das gehen. Jetzt habe ich es gemacht. Und wir tauschen die gleich. Guten Tag. Ah, da seid ihr ja. Guten Tag. Ja. Äh. Wollt ihr hier gerade was tauschen? Das. Zu dem. Ich hoffe, das ist eine gute Idee. Die Fliegedinger bräuchte ich auch nicht unbedingt. Aber okay. Wir gehen jetzt wieder auf Stufe 1 und machen alle von diesen orangen Dingern. Weil ich versuche das jetzt so schnell wie möglich durchzumachen, dass das nicht allzu lange dauert. Äh, ja. Würde mich aber trotzdem freuen, wenn ihr zuseht und ein Like da lasst und ein Abo gleich da auch. Oder Kommentare. Wie es euch gefällt. Ruhig. Ob ich noch irgendwas ausprobieren soll. Irgendwache Wünsche. Wäre ich offen. Ah. Okay. Unser Ziel ist da. Okay. Da drüben. Okay. Das ist halt schon auch praktisch. Ich mach da oben jetzt ein Zelt hin. Aber ich mag das Hochfliegen halt bei dem. So kommt man auch schnell überall hin. Und hier baue ich jetzt mal ein Zelt, wenn ich kann. Gut, ich kann nicht. Schade. Ja. Mitnehmen. Na, Ratte. Du wirst jetzt gleich den Tod erfahren. Hallo. Oh. Ich rülte gerade. Okay, war schön getimed Und rein, jetzt rasieren Ja, hier draußen ist es mir auch lieber Okay Und jetzt geht's ab Nein Jetzt wollte ich erst loslegen Nein Nein Interessant Hm Oh, das ist doch nicht so gut, das Teil da Ich weiß auch noch nicht, was für eine Fähigkeit das endgültig noch hat Ja Kann nur Hä Okay, ich komm mit dem Teil nicht, klar Er hat's Und Schwert Bam Er ist auch viel zu stark dafür Schön Aber es ist noch nicht vorbei Wir haben noch Noch ein Ziel Schön Okay Der ist da oben Er ist schnell Profi Einfach geradeaus, Junge Ah, der ist so gut wie tot Ich bin da tot von oben Natürlich Schön geblockt Schön drüber geflogen Passieren Und Passieren Oh Wie gesagt, ich mach das jetzt so schnell wie möglich Ich will hier so schnell wie möglich abarbeiten Die Viecher Gut Wir sind sehr gut in der Zeit Ach, so So geht das Ah Verstehe Ja, das muss man auch erst wissen Hm Ist hier noch irgendwas Essenstechnisches Nein Leider nicht Dann ab in den nächsten Kampf Ohne 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 Ja doch Mit Mit Kollegen So Hier ist gleich abgeschlossen Okay Das werden immer mehr Wieso wird das immer mehr Das gibt's doch nicht Wahrscheinlich ist das Das, was wir die ganze Zeit verpasst haben Deswegen fehlt mir auch das Material gerade Ich hätte da ein bisschen besser aufpassen sollen Nicht immer gleich aufs Maul hauen Ja, der ist jetzt schnell down Ah Okay 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 Also der Das habe ich jetzt nicht gesehen Das war das falsche Timing Hm Hmm Okay Lauf Schweinchen Babe Wir sind dicker Seit wann haben wir ein bisschen mehr Ausdauer Seht ihr das? Interessant Ja, wo lauft der denn hin? Ja Ist er da unten? Okay Schalte ich damit eigentlich die Blüten frei? Wahrscheinlich Ist das das? Wieso da so viele Missionen Wirkt No? Okay. Jetzt bist du gleich down, oder? Ja. Komm. Verzeih. Fertig damit. Der war noch schneller fertig. Ach, arme Schweinchen. Ja. Es ist halt ein bisschen grindy, das Game, ne? Aber es gehört ja auch dazu. Alles ein bisschen mitnehmen hier. Obwohl ich es nicht wirklich brauche. Schönen Vogel noch mitgenommen. Ist da ja auch was. Es würde mich interessieren, was gleich die nächste Mission ist. Hm. Und ich glaube, ich habe die Kamera falsch eingestellt hier. Hier. Oder? Ja. Sieht nicht perfekt aus. Okay. Es wird mehr. Interessant. Es wird immer mehr. Was passiert, wenn ich den jetzt nochmal töte? Weil der geht ja schnell vorbei. Also. Wollt ihr das sehen, dass ich das grinde? Das Ding ist, ich mache jetzt ein paar Folgen. Ich werde erst in einigen Folgen danach, wenn ihr was schreibt, beachten können. Leider. Ja. Also ich bin jetzt schon fertig. Äh, hier. Ja. Ja. Er ist da oben. Ich habe doch hier ein... ein schönes Seil da. Ja. Ja. Hm. Hey, Digger. Ja. Na. Ja. 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 Und rein. Das habe ich nicht gesehen. Aber ich bin auch nicht gerade. Und? Nein. Ja, halt alles so unruhend. Hm, kommt. Um, Pika. Okay. Ich sehe nichts. Aber gut. Easy. Verzeih. Verzeih. Und? Verdehung. Jetzt geht es voran. Schön. Äh, jetzt? Ja, gute Frage. Was ist hier noch? Ich glaube, hier war doch noch irgendetwas. Ich höre hier eine Kugel. Hier ist doch noch eine Kugel. Ich habe doch was gehört. Ja. Ha. Schade. Hm. Ich müsste es danach mal auf die Kamera schauen. Aber ich glaube, das passt schon. Äh. Wir machen jetzt gleich die nächste Mission. Ja, das haben wir komplett abgeschlossen. Das ist das nächste. Wir machen jetzt alles nacheinander durch. So schnell wie möglich. Denn wir brauchen hier die Materialien. Und dann kämpfe ich nicht einfach nur so umsonst. Das ist drüben. Ein bisschen weg hier gerade. Uiuiui. Na? Dicko. Was geht's? Zu früh. Hm? Nein! Ich dachte, er macht... ...naut! Ah! Ah, wo ist er? Ach! Nein! Ich habe ihm jetzt alles gebrochen, was ginge! Ei, ei, ei! Tut mir leid, du warst im Weg! Ich dachte noch irgendwas abgebrochen, oder? Hier! Ja! Der wird nicht glücklich, so wie er aussieht! Mit Teleport sind wir schneller! Ich bin der Tod von oben! Hä? Er wollte sich ja in die andere Richtung drehen! Und? Ah, nichts! Nicht mit mir! Geht mit mir! Geht mit mir, Kleiner! Das tut mir echt leid! Aber du warst böse! Ich muss euch leider besiegen! Verzeih! Hm? Alter, jetzt geht's Schlag auf Schlag! Mit dem Monster töten! Hm? Hier liegt noch was! Hm? Hier noch was! Hm? Also in dieser Folge... So gut könnte es immer laufen! Aber ja, die sind jetzt ziemlich schwach noch! Aber ist das schon okay! Oder soll ich abwechselnd machen? Eine schwere Mission und eine leichte! Wär auch... Wär auch nicht blöd! Wär auch nicht blöd! Also jetzt haben wir verdammt viele Monster bis jetzt getötet! Ja, öfters das Schwein, aber naja! So, schauen wir ganz kurz! Das ist noch die Ratte! Die schieben wir noch ein! Die Ratte! Schauen, was die uns noch bringt! So... Ich mach noch... Hilfe anfordern! Die Ratte wird da drüben sein, oder? Ja... Ja... Das ist sowas von klar... Dass die Ratte da drüben ist! Hm, hm, hm... Ich glaub das liegt an der Rüstung, die ich ausgewählt habe! Dass ich ein bisschen mehr... Leben habe... Äh... Ausdauer habe! So, hier müsste die Ratte sein! Das klingt immer so... Böse! Die Ratte! Ja... Hier ist ja noch nichts... Nein! Ja! Hm, hm, hm... ich könnte wenn ich hätte noch alles ginge sie hier ja schnabuli, schnabular hasi, hab dich lieb und du bist jetzt tot nein, wieder zu spät wieder zu spät, hä? was ist mit mir los? mhm, A-Ratte? ich wollte gerade weg springen ja das war überhaupt nicht so geplant, aber naja und jetzt, nein alter, das pistol ist gerade mit mir ich treff gar nichts bei der letzten Ratte und jetzt, nein du bist gut das war doch jetzt nein, A-Comp hm hm natürlich hey, Lava rücken hm 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 so ja 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 ich bin getreibt laut Ich bin ans Mikro gekommen. Das war schon gut! Was hat er denn? Also ich habe aus wie ein Hammer, ich habe einen Bogen. Warte. Gut, Leute. Wie es aussieht, war es das wieder für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst ein Like und ein Abo da und vielleicht auch Kommentare, wie ich das weitermachen sollte, vielleicht, wenn ihr wollt, wenn ihr es seht. Dann tschau, hab euch lieb und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich weiß noch nicht, was wir da machen. Tschau, hab euch lieb, tschau.